Raniacs Angriff hinterließ eine zerstörte Welt. Tausende tot, viele tausende mehr obdachlos. Präsident Kane fragte, ob ich die Nothilfe leiten könne, und ich sagte zu. Die Aufgabe verlangte, dass sich die Justice League Barry und Hell überließ. Zusammen formen sie nun die jüngeren Helden zu einer Streitmacht, wie die Erde sie noch nie gesehen hat. Aber ich bin nicht ganz ausgestiegen. So ganz nebenbei bereite ich mich auf Supermans Rückkehr vor. Carl schwor, dass er der Phantomzone entkommen würde. Ich wäre dumm, ihn nicht beim Wort zu nehmen.